es gar nicht egal aber man schulden hat ja wer gerade nicht arbeiten kann wer sorgen und alles mögliche ja was alles was schlecht ist hat ne sagt mir nach ach so ok das war es dann jetzt oder wie putzbach erwachsenen vollzug mutter ist im knast heute zu besuch ihr kopftuch erkenne ich schon vom fenster der sohn ist ein gangster drogenhändler statt banker geworden wollte und konnte nicht den eltern gehorchen erforschen wo meine grenzen sind jetzt kratze ich täglich striche an die wände auf jeden fall evakuiert wir sehen diesen herrn da oben mit dem haben wir uns eben auch unterhalten er wohnt da in der oberen etage des hauses er hat für sich entschieden dass er gerne in seiner wohnung bleiben möchte er kommt zwar nicht raus hat uns aber gesagt bier ist genügend vorhanden und so versucht er den tag dann wenigstens ein bisschen dann noch schön werden zu lassen ja immerhin krankes battle gewohnt ich war heute das opfer irgendwie im ghetto nicht so viel geld ok was glaubt man jetzt ich hatte so ein schönes leben finns da wo man jetzt ist es ist eine弓 lässt sich ver für sich w Pizza von GPS att man schießt att man schießen spät wer hat sags ich habe was ich habe in der ich habe 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 Hey, sag mal, hast du nichts Besseres zu tun? Wer seid ihr beide? Wer seid ihr? Wer bist du? Blaue Haare, rote Haare, geh mal weg, man. Guck mal, Gruftis, geh mal weg, ihr Gruftis, digga. Du kommst nach Fasara, digga. Ach, du Scheiße, man. What the fuck, bro? Was? Unangenehmer, bro. Junge, Junge, Junge. Stark. Glaubst du, dass wir die Brasilianer gleich schlagen? Hallo, ja, ich denke doch, ne? Mit wie viel? Das wird ein knackiges 7 zu 1 für uns. 7 zu 1. 7 zu 1 von Brazil. Bro, 7 zu 1, er hat es einfach gecallt. Kannst du nicht helfen, seid ihr in meiner Stadt? Braucht ihr irgendwie Arbe, Darbe, Grüne Mühne, braucht ihr irgendwas? Grüne Mühne? Was? Safe? Wie viel kostet, was ist der letzte Preis davon? Mach die Kamera aus, dann reden wir, bruder. Dann kann ich nachher nochmal vorbei. Warte, schreib dir mal kurz die Nummer von meinem Kollegen aus, mach mal diese live aus, bruder. Okay, ja, müssen Sie da später machen, dann komm ich nachher nochmal vorbei, auf dem Rückweg. Es sind 10 Minuten, sind wir noch hier. Ah, das ist scheiße. Versuch dein Glück, bruder. 21.20 wäre ich da. Können wir Grüne Mühne dann direkt halt besprechen. Bro, wie kann man dich erreichen? Wie kann man dich kontaktieren? Bro, wo ist mein Handy? Instagram ist immer gut. Einfach Angst vor Drogendealer. Max, es tut mir leid, Max. Max! Hä? Wieso macht der Katze ein Froschgeräusch? Frosch, ein Katzengeräusch. Junge, der Frosch, ein Katzengeräusch. Klingt wie ein Baby. Du fährst in die Türkei, wir haben es verstanden. Da gibt es auch Hotel. Du gehst ins Schwimmbad rein. Wir haben es verstanden, Amunakoymi. Das ist wirklich zu verrückt, Mann. Das ist wirklich einfach nur geisterkrank, oder? Wer macht denn sowas? Junge, profisierte Fangspielen so geil. Boah, was das für ein Track. Was das für ein Track, Mann. Ich lieb den. Oh, 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 oh. Er will seine Schuhe retten. Er will seine Schuhe retten. Danke. Alter, da denkst du an nichts. Du guckst auf den Boden. Bah, so ekelhaft, Digger. Alter, ich bitte lehme, Jalla. Ach, du. Merkel, Abi. Wallach, Rieser. Ich bin drin. Merkel, Abi. Was geht, was geht. Yeah. Was geht. Die Berührung, Paris und Leclerc. Ich sag's doch, das nächste Kiesbett kommt bestimmt. Ja, aber wie auch Filme denn im Himmels Willen versuchen, aus in so einer schnellen Kurve zu holen. Alter, Junge. Schlimmer als 2, Max. Ich singe eine Sv-Song und dann kann ich es für mich, okay? Twinkle, Twinkle, Little Star. Happy New Year. Happy New Year. Get it, get it, get it. Allahu Akbar. Oh, ha, bro. Nur ganz leicht. Scheiße. Oh, und haupt's. Bro, what the fuck, man. Seh ich mich jetzt nicht drin. Der Autosong nach wie vor. Einfach ein Bang-Up. Boom, 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 boom Vielen Dank.